Schiller-Häuschen Friedrich Schiller hat unzählige Balladen, Dramen, Gedichte und wissenschaftliche Abhandlungen verfasst. Trotzdem kennen viele Menschen ihn vor allem als den Dichter der Ode an die Freude, die durch die Vertonung durch Ludwig van Beethoven in seiner 9. Symphoniewelt berühmt wurde. Schiller kam 1785 nach Dresden, wo er sich die darauffolgenden zwei Jahre aufhalten sollte. In den Sommermonaten der Jahre 1786 und 1787 wohnte er in dem kleinen Gartenhaus seines Freunds und Gönners Christian Gottfried Körner in den Weinbergen oberhalb der Loschwitzer Brücke. Der Weg heißt bis heute Körnerweg. In jenem Gartenhäuschen, das heute ein Schiller-Museum beherbergt, soll Schiller die unsterblichen Verse seiner Ode zu Papier gebracht haben. Freude, schöner Götterfunken, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Eigentum. Vielleicht förderte ein edler Tropfen aus den umliegenden Weinbergen den Gedankenfluss des Dichters. Da Schiller gleichzeitig eine Wohnung in der Nähe des Neustädter Marktes gemietet hatte, sind sich Fachleute bis heute nicht wirklich sicher, ob der Geburtsort tatsächlich das Gartenhäuschen war. Es ist eh nicht mehr original erhalten, sondern wurde 1813 bei der Dresdner Schlacht gegen Napoleon nachweislich zerstört. Das heutige Gebäude entstand 1820, da war der Dichter bereits 15 Jahre tot. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.